Und warum sollen wir dann hergehen und sollen sozusagen neoliberale Sprüche und Argumentationsweisen auch noch verbreiten? Das wäre ja nun wirklich zu viel verlangt. Und wir haben das auch nicht verborgen. Wir haben ganz klar gesagt, was unsere Absicht ist. Wir wollen Manipulationen aufdecken. Und ich habe in meinem Buch sogar offen geschrieben, was ich in anderer Funktion früher an eigenen Meinungsbildungsstrategien entwickelt habe. Natürlich wurde die Ostpolitik von Meinungsbildungsstrategien bekleidet, sonst wäre sie überhaupt nicht durchgekommen. Und wir haben vieles andere, wie etwa auch die Bedeutung der sozialen Sicherung und des sozialen Netzes natürlich dann auch entsprechend farbig beschrieben, wie wichtig das ist. Das leugne ich überhaupt nicht. Das ist nichts Neues. Der Unterschied ist aber nun der, ob eine Meinungsmache der Mehrheit der Menschen zugutekommt. Und das ist meine Not, in der nicht ich mich persönlich befinde, sondern sich unser Land befindet, dass die Mehrheit der Leute und ihre Interessen nicht mehr durchkommen, sondern dass die Interessen der Großen nur noch durchkommen. Also ein Gegenargument gegen manche Ihrer Bestandsaufnahmen finde ich in Ihrem eigenen Buch. Und zwar schreiben Sie Seite 12, dass es umso erstaunlicher ist, dass sich viele Menschen der Fremdbestimmung entziehen. Und Tatsache ist ja, dass trotz völlig gegenteiliger Meinung aller herrschenden Medien die Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel gegen die Erweiterung der Europäischen Union ist, nach allen Umfragen, die ich kenne, gegen den Krieg in Afghanistan und so weiter. Das heißt, es scheint ja gar nicht zu klappen mit der Beeinflussung der Mehrheit der Bevölkerung. Bei manchen Sachfragen klappt es schwer. Also nicht, da würde ich mal sehr vorsichtig sein. Also das Bomben im Kosovo-Krieg war am Ende aufgrund der massiven Propaganda von Rudolf Scharping und des NATO-Sprechers Scheer, war das am Schluss auch von der Mehrheit der Leute aus meiner Sicht, und damals, ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Umfragen erinnern, war das inzwischen dann auch mehrheitsfähig in Deutschland geworden. Und die antisozialstaatliche Kampagne, da würde ich mal vorsichtig sein, ob die auf Dauer noch genügend Widerstand findet, damit eine Mehrheit erhalten bleibt. Da würde ich eher sagen, ja, da haben sie recht. Beim Kosovo-Krieg war ein Beispiel, wo das nicht ist. Und bei der Verarmung des Staates, was bei mir eine große Rolle spielt, da bin ich sehr unsicher. Also die ganze Privatisierungskampagne, die hat doch auch wesentlichen Resonanz gefunden, dann am Ende bei der Mehrheit der Menschen. Die Leute denken halt, dann kann ich Steuern sparen, wenn der Staat seine Stadtwerke verkauft. Sie täuschen sich natürlich am Ende. Auch da ist es noch ein Gerangel, wenn Sie so wollen. Und ich hoffe ja, dass wir mit den Gegenbewegungen es schaffen, dass wir die richtigen Meinungen der Mehrheit der Menschen, die richtig gefühlten Meinungen der Mehrheit der Menschen, die zum Beispiel in einer solidarischen Gesellschaft leben wollen, dass wir die helfen können zu stabilisieren. Das ist richtig. Sind sehr, sehr viele Anrufe eingegangen. Hören wir gleich den nächsten. Ich glaube, sie setzen an dem falschen Punkt an. Es sind nicht Tageszeitungen oder Zeitschriften, die Meinung machen, sondern es ist Google. Google hat 95% Marktanteil. Und wenn Google sagt, George Bush ist kein Miserable Failure, dann kann Google den Link zu Miserable Failure und George Bush vernichten. Also, um das nur auf Deutsch zu sagen, also Bush ist ein jämmerlicher Fehler sozusagen, ein Versager. Und diesen Link kann man verhindern, indem man ihn einfach nicht so bezeichnet. Ja, dann würde ich jetzt mal vorsichtig sein, wie viele Leute in Deutschland gucken in Google, um ihre Meinung zu machen. Da würde ich mal ein bisschen... Ja, aber die suchen nach Fakten. Also, angenommen, sie suchen jetzt, wer sind die größten Versager in der Politik. Und wenn jetzt der entsprechende Link nicht da ist, werden sie nicht darauf kommen, dass George Bush vielleicht einer dieser Versager ist. Dann werden sie zumindest diesen Fakt nicht finden. Also, ich habe jetzt die Daten nicht hier. Aber ich bin der festen Überzeugung nach dem, was ich so erlebe, dass zum Beispiel die Besucher von Spiegel Online oder die Leser des Spiegel sehr viel mehr sind, als die, die auf die hier beschriebene Weise bei Google nachgucken. Also, aber darüber will ich nicht streiten. Das ist mein Eindruck in Deutschland, dass diese, wenn Sie so wollen, herkömmlichen Medien und daraus entwickelten Medien wie Spiegel Online, dass deren Einfluss auf die Leute hierzulande doch sehr viel gravierender sind, als das Google sein wird und ist. Ein Hörer aus Hamburg schreibt, wie kommt es, dass sich kein Widerstand entwickelt gegen die Meinungsmache, dass die Arbeitslosen selbstverantwortlich sind für ihre prekäre Lebenssituation? Ja, das hat etwas damit zu tun, dass sich gerade Menschen aus diesem Bereich inzwischen verabschiedet haben, aus der politischen Beteiligung. Das ist ja etwas, worauf Reagan zum Beispiel in den USA auch gesetzt hat. Er hat ganz zynisch ja damit operiert, dass je schlechter man manche Leute behandelt, umso eher man erreicht, dass sie sich aus der Politik zurückziehen, dass sie sich nicht mehr an Wahlen beteiligen und so weiter. Und das erleben wir ja auch bei uns, dass Arbeitslose und Menschen, die sehr bedroht sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz, sich einfach resignieren. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor mit Albrecht Müller zu seinem Buch Meinungsmache, wie Wirtschaft, Politik und Medien uns das Denken abgewöhnen wollen. Übrigens erschienen bei Drömer, Preis 19,95 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, werden das Buch demnächst vom Drömer Verlag zugeschickt bekommen. Heute sind das Axel Schmidt aus Nonnweiler, Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen und Veronika Seel aus St. Ingbert. Noch ein Anruf, bitte. Bei dieser großen Meinungskonformität, die man auch als deutschen Berlusconi-Effekt bezeichnen könnte, obwohl es bei uns nicht nur einen Medienbesitzer gibt, wie soll da Demokratie sinnvoll wirksam werden? Also um Demokratie machen sich auch viele andere Hörer hier Sorgen, zum Beispiel ein Hörer aus Merzig. Also es scheint doch viele zu bewegen. Das ist toll, dass Demokratie überhaupt noch ein Thema ist, das Menschen bewegt. Normalerweise ist es leichter für Robbenbabys zu werben, als für Demokratie zu werben. Jetzt habe ich nichts gegen Robbenbabys, damit Sie mich da nicht missverstehen. Aber die Demokratie und demokratischen Verhältnisse und die Existenz von wirklichen demokratischen Meinungsbildungsprozessen hat normalerweise keine hohen Stellenwert. Insofern finde ich es toll, dass Sie sich mit mir darum sorgen. In der Tat ist das eine existenzielle Frage, dass wir da weiterkommen. Und ich kann wirklich nur nochmal daran appellieren, oder nicht nochmal, sondern tue es hiermit, dass sich etwas wieder so etwas herausbildet wie ein kritisches Bürgertum. Also bitte gehen Sie auch mal wieder in Ihre Verwandtschaft und Bekanntschaft, in Freundeskreise hinein, damit, dass Sie politische Themen ansprechen. Es ist jetzt nicht nur Nostalgie, wenn ich davon berichte, wie das in meiner jungen Erwachsenenzeit war. Das wird Herr Albers wahrscheinlich bestätigen können. Also wenn wir uns trafen im Freundeskreis, dann lag das letzte Rororo aktuell auf dem Couchtisch. Und das hatten die Hälfte der Versammelten gelesen und man konnte dann darüber diskutieren. Heute ist diese Kommunikation in dieser Weise nicht mehr so leicht möglich. Das hat etwas damit zu tun, dass das die 60er und 70er Jahre wieder insgesamt eine sehr politisierte Zeit waren. Aber warum sollten wir das nicht zurückzuholen versuchen? Also versuchen wir das. Gehen Sie in Ihre Kreise und bringen Sie dort auch allgemein politische Themen wieder ein. Das ist auch durchaus so, dass das Spaß macht, hinter die Kulissen zu schauen und dass es Spaß macht, mit anderen darüber zu sprechen. Sieht der Autor die Gefahr, dass die Programmatik der Linkspartei in den Medien verzerrt dargestellt wird? Gut merkt, Sie sind kein Sprecher oder Vertreter oder auch nur Mitglied der Linkspartei. Ich muss dazu sagen, ich war einer der wenigen Sozialdemokraten, der in den 70er und 80er Jahren gegen die Verteufelung der Grünen angegangen ist. Auch deshalb, weil ich das einfach als Demokrat für unmöglich hielt, dass man eine junge Partei, die uns geärgert hat als Sozialdemokraten, das ist klar, dass man die aber stigmatisiert, dass man sie also sozusagen in die Ecke stellt und als Schmuddelkind behandelt. Deshalb habe ich mich damals als Sozialdemokrat gegen diese Art von Stigmatisierung gewandt und das ist auch, dieses Grundgefühl ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt sehr stark mich engagiert habe, diese Stigmatisierung der Linkspartei zu bekämpfen. Das halte ich für genauso unfair und für genauso undemokratisch, wie das im Falle der Grünen war. Und wie sehr dies stigmatisiert wird, das können Sie an, stigmatisiert heißt also an die Wand gestellt wird, in die Ecke gestellt wird und etikettiert wird, falsch etikettiert wird, das können Sie an vielen Beispielen sehen. Da wird zum Beispiel behauptet, die hätten kein Programm. Die haben sich jetzt sogar ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt für die nächste Zeit und sie haben auch ein Programm. Oder es wird eben für Oskar Lafontaine wird so viel Falsches verbreitet, der sei ein Populist. Also wenn der Herr Westerwelle sagt, wir müssen Steuern senken, dann ist er kein Populist. Aber wenn der Oskar Lafontaine sagt, wir müssen Hartz IV verbessern, dann ist er ein Populist. Also wieso behandelt man die Leute so verschieden, so asymmetrisch? Das ist einer der Gründe, warum ich mich da engagiere. Es gibt aber einen anderen Gründen, möchte ich nochmal nennen. Dieses Volk, dieses Land braucht wie alle Völker politische Alternativen und die Herrschenden werden nur dann genötigt, einigermaßen vernünftig zu regieren, wenn diese Alternative da ist. Und wir sind in der großen Gefahr, dass wir, wie diesmal bei der Wahl, keine Alternativen haben. Wir hatten ja keine. Dadurch, dass die SPD sich festgelegt hatte gegen die Zusammenarbeit mit der Linkspartei, hatten wir keine politische Alternative. Und wenn Sie Herrn Steinmeier gefragt haben, wie seine Machtoption ist, wie er eigentlich Bundeskanzler werden will, dann musste er bekennen, dass er diese Machtoption gar nicht hat. Hören wir noch einen Anruf. Mir ist aufgefallen, dass gewünschte, von oben gewünschte revolutionäre Veränderungen ablaufen wie ein Kasperle-Theater. Zunächst einmal präscht einer mit einer unverschämten Vorstellung vor. Die Öffentlichkeit ist empört. Der Vorlaute wird zurückgefiffen. Aber in immer kürzeren Intervallen geht es weiter mit verteilten Rollen. Und am Schluss haben wir dann das Ganze in ein Gesetz gegossen. Bestes Beispiel ist die alte Kampagne für die Pflegeversicherung. Heute zum Beispiel der Sarrazin-Klamauk. International spielt sich übrigens das Gleiche ab. Ja, da sollten wir vielleicht jetzt gegen Ende der Sendezeit nochmal auf Methoden der Meinungsbeeinflussung eingehen. Ja, das ist sicher eine. Bei der Pflegeversicherung läuft das Ganze übrigens heute wieder ab. Jetzt gab es eine Umfrage und da sind wir schon bei der ersten Methode. Eine Umfrage, die sagte, also die meisten Leute sehen ganz pessimistisch in die Zukunft, was die Pflegeversicherung betrifft. Und selbstverständlich endet das Ganze dann damit, dass für die private Pflegeversicherung, private Pflegevorsorge geworben wird. Und da wird also so eine Sau durchs Dorf gejagt mit Hilfe einer solchen Umfrage. Und dann, wie sie das beschrieben hat, wird dann ein Kasperlet-Ader drumherum gemacht. Und am Ende ist man eben dabei, dass man in die Koalitionsverhandlungen noch einbringen muss, dass man die Privatvorsorge bei der Pflegeversicherung erleichtern muss. Das ist das, was ich dir abzeichne. Das ist ja eine Methode. Eine andere ist das ständige Wiederholen und das Wiederholen derselben Sache von verschiedenen Ecken aus. Also von einem alternativen Grünen, von einem alternativen Sozialdemokraten oder einem alternativen CDUler und so weiter. Ja, wenn Erhard Eppler und Olaf Henkel das Gleiche sagen, dann ist das eben glaubwürdiger, als wenn das Erhard Eppler alleine sagt. Und das haben wir zum Beispiel bei der Agenda 2010 erlebt. Wir haben es, wenn die Grünen sagen und die SPD und die CDU sagen, wir müssen bomben im Kosovo bzw. in Serbien, dann war das sehr glaubhaft. Wie soll sich da noch einer wehren? Oder wenn die, beim Ausgangsbeispiel, wenn Frau Merkel und Herr Steinbrück, das sind ja auch zwei verschiedene Parteien, und auch die Grünen und die FDP sagen, alle Banken sind systemrelevant. Wieso soll eigentlich der Bürger dann noch meinen, dass das nicht so sein soll? Also dieses aus verschiedenen Ecken und die permanente Wiederholung, da will ich auch ein Beispiel nennen, permanent ist uns erzählt worden, wir müssen die Lohnnebenkosten senken, dann geht es wirtschaftlich aufwärts. Das ist ein solches Beispiel und Sie können das, ich will Ihnen zufügen, wenn Sie das Buch lesen, dann werden Sie eben finden, dass ich diese Methoden ausführlich schildere und ich sage auch oder beschreibe auch, dass dann, wenn Sie das kennen, dass Sie dann vorbereitet sind auf eine skeptischere, kritischere Betrachtung dessen, was um uns herum vorgeht. Meine Damen und Herren, in Fragen in Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Albrecht Müller zu seinem Buch Meinungsmache, wie Wirtschaft, Politik und Medien uns das Denken abgewöhnen wollen, erschienen bei Drömer, Preis 19,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen, Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören, vielleicht auch weiter verbreiten. Wir haben ja im Internet noch ein zweites Podcastfach, also ein Abruffach und zwar mit Klassikern. In dieser Woche neu eine Sendung von 1997, Ulrich Warnke, zu seinem Buch Gehirnmagie, der Zauber unserer Gefühlswelt. Es geht da um die Grenzbereiche von Physik, Biologie und Esoterik und auch das regt übrigens zum Nachdenken durchaus an. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Heute Abend haben wir keinen Diskurs um 20.04 Uhr, stattdessen das Finale des internationalen Euro-Radio-Core-Wettbewerbs. Ja und nächsten Sonntag ist unser Gast Friedrich Schütze-Quest. Er hat ein Buch geschrieben, die Einsamkeit des Grenzlandreiters, unterwegs als Auslandskorrespondent. Wie der Titel schon sagt, war der Autor in rund 60 Ländern unterwegs auf allen Kontinenten. Er hat Zeitfunkberichterstattung gemacht, aber auch viele große Hörfunkfeature der ARD. Wir wollen ihn mal fragen, wie er sich das alles erarbeitet hat. Wie reist man abseits der Touristenpfade? Wie erlebt ein Weltreisender dann, wenn er zurückkommt, seine Heimat? Das war es am kommenden Sonntag. Schönen Tag wünscht jetzt noch Jürgen Albers.